So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Samyang Sunday, denn es ist wieder Sonntag und es gibt wieder Samyang und ich habe was ganz besonderes entdeckt, was mich schon wieder komplett überfordert und zwar diesmal wieder ein Cup, den es leider nicht in normalen Packungen gab, sondern nur als Cup, denn das ist eine Sorte, die ich gar nicht kenne. Dann, guckt es euch mal an, es ist grün, es sieht herrlich aus, es sieht mega lecker aus, ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Das ist Samyang, Bulldog, Basil and Cream, also Basilikum, Creme, Samyang, Bulldog, cremige Sorten finde ich hier sowieso immer cool und das hat auch andere Nudeln, das hat hier solche fetten Glasnudeln, die Glasnudeln sind nicht fett, oder? Dann hat es halt fette Fettnudeln, ich weiß nicht genau, wenn wir es mal aufmachen, den Cup, haben wir auf jeden Fall hier so ein grünes Tütchen, da müsste ja so Pulver drin sein, wie bei Carbonara oder Cheese oder wie auch immer, was dann auch ein bisschen cremig werden soll. Dann haben wir ein Tütchen mit Soße, Soße ist auf jeden Fall wichtig, damit es schön brennt. Und dann habt ihr diesmal kein normales Nudelnetz, ihr habt hier eingeschweißt, diese Nudeln, die aussehen wie ein Gehirn und das stellt mich vor das nächste Rätsel und zwar, wie bereitet man das jetzt zu? Es ist ein Cup, also machst du da Wasser rein und dann gießt es wieder ab und machst die Soße drauf, so leicht ist es aber wahrscheinlich nicht, hier ist auch extra eine Mikrowelle angezeichnet. Ich habe einmal was gehabt, da habe ich auch Wasser rein und habe es dann nachträglich nochmal in die Mikrowelle, der ganze Cup ist aufgequollen, übergelaufen, es gab eine mega Sauerei, dass ich mir geschworen habe, nichts mehr in der Mikrowelle zu machen. Jetzt habe ich mal probiert zu schauen, wie man das macht, aber es steht ja wieder alles nur koreanisch drauf. Ich wäre aus den Bildern auch nicht schlau, weil da ist eine Schüssel, da sind die Nudeln drin, da wird Soße drauf gekippt. Okay, dann hast du aber plötzlich kochendes Wasser, was drauf gekippt wird, auf die Soße mit den Nudeln, dann kommt es aber auf einmal in die Mikrowelle. Kochendes Wasser in die Mikrowelle, keine gute Idee und dann am Ende, ja, kommt noch cremiges Pulver hinzu oder was? Erst die Soße und dann ganz am Ende das cremige Pulver, aber wenn das Wasser in der Mikrowelle doch dann verdampft und abnimmt, wieso mache ich dann dann nachträglich noch Pulver drauf? Muss man nicht erst Wasser und Pulver machen, dass das wie eine Suppe ist, dann in der Mikrowelle verdampft? Es ist auf jeden Fall mega kompliziert. Ich habe den Tipp von Madu mal versucht, mir so eine blöde App runterzuladen, die mir übersetzt, wie ich das mache. Da stand der größte Blödsinn zusammengeschrieben, deswegen habe ich dann es nochmal anders probiert und ich kann euch mal sagen, was jetzt hier steht. Erstens, öffnen und legen Sie Nudeln und Basilikum-Creme-Buldak-Udon durch Zyklus, es ist ein Notfall. Das auf jeden Fall, Samyang muss gegessen werden, da hat man Bock, notfalls schnell beeilte ich, dass das fertig wird. Zweitens, rühren Sie den markierten Pur. Bei dem anderen steht, Sie sehen deutlich den dicken aufgequollenen Liniebehälter. Drittens, leicht Mikrowelle dieser Behälter, 2 Minuten und 30 Sekunden, basierend auf 1000 Watt, 3 Minuten, basierend auf 700 Watt. Das ist wahrscheinlich noch das Sinnvollste, was hier steht, aber jetzt viertens. Bei viertens, siehst du ja nur, am Ende wird nochmal ein Tütchen zugegeben, entweder die Soße oder das Pulver. Bei viertens steht, nach dem Kochen, den Deckel öffnen und die nicht-vaginale Creme-Buldak-Udon nach dem Pulver zum Rühren hinzufügen. Beim Kochen in der Mikrowelle, bleiben Sie bitte draußen. Wer geht in die Mikrowelle mit rein? Ich weiß es nicht. Bleiben Sie bitte draußen, ohne den heißen Behälter und den Inhalt zu verbrennen. Um des Radfahrens willen, essen Sie bitte die entsprechende Menge Soße als Favorit. Korea isst S5, also essen Sie es zu viel. Die gleiche Behandlung wird auf der Oberfläche einer Schüssel, wie eine neue Pflanzung, durchgeführt und um ihr ein wenig Geschmack zu verleihen. Beim Öffnen riecht der Essraum des nützlichen Prozesses 6 exotisch, sodass das Produkt geschrieben wird. Das ist mir einfach so zu blöd alles. Ich glaube, ich mache es einfach wie immer. Ich mache da jetzt kochendes Wasser auf die Nudeln. Dann lasse ich ein bisschen Wasser drin, mache Pulver ran, Soße ran und fresse das einfach so. Mir ist scheißegal. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Die Apps sind einfach totaler Schwachsinn. Bei mir funktioniert das nicht. Wir machen also jetzt hier die Nudeln auf. Was ist ja hier? Boah, riecht schon richtig wieder nach Heu. Das ist ja hier in so einem Vakuumbeutel sozusagen. Jetzt schmeißen wir das hier rein. Da knallen wir Wasser drauf und dann, keine Ahnung, essen wir das halt so roh. Obwohl, Kommando zurück, ich habe, glaube ich, irgendwas erkannt, was man erkennen muss. Hier in dem Becher, wenn wir mal die Nudeln rausnehmen, ist unten am Rand trotzdem wie eine Art Markierung. Es steht auch da, wenn man auf den Becher direkt drauf guckt, was von 90 Milliliter. Das heißt, eigentlich müsstest du Wasser einfüllen bis zu diesen 90 Milliliter, also bis zur Markierung. Das mache ich jetzt auch mal. Ich fülle nur ein bisschen Wasser hier rein, dass wir diese 90 Milliliter da haben. Und wenn ich dann schaue, hier ist ja ein rotes Tütchen angezeichnet. Das rote Tütchen kommt drauf und ganz am Schluss, nach der Mikrowelle, kommt das grüne Tütchen drauf. Rotes Tütchen Soße, grünes Tütchen Pulver. Das heißt, ich muss die Soße eigentlich jetzt da mit drauf machen. Das passt mir eigentlich gar nicht, weil die Soße ja dann dünner wird. Aber egal, wir reißen das jetzt hier auf, haben jetzt hier Soße, machen die Soße jetzt hier auf die Nudeln. Oh, aber das kommt ja noch in die Mikrowelle. Wir trauen uns doch, aber aufpassen, nicht mit in die Mikrowelle reingehen. Bitte draußen bleiben und nicht verbrennen lassen und überhaupt. Warum schreiben wir denn drauf hier zwei Minuten? Dann sollen sie halt einfach hinschreiben, kurz erhitzen, fertig. Da kann man das im eigenen dann messen, sonst lässt man das drin. Bei zwei Minuten, das bubbelt schon alles rum. Und keine Ahnung, wir können die Soße aber auch mal so probieren. Irgendwie ist das zwar scharf, gleichzeitig aber auch mega traumatisch. Irgendwie auch sehr kräuterlich, irgendwie auch salzig. Es schmeckt gerade irgendwie wie ein Brühwürfel. Als würde ich einen Brühwürfel einfach so essen. Muss man das jetzt noch rum machen. Guckt euch das doch mal an. Das Häufchen Elend. Jetzt schwimmt hier vorne das rum. Wie in einer Suppe. Jetzt muss ich das wieder suchen. Ja, kochendes Wasser drauf. 90 Milliliter vielleicht. Dann da rein stellen. Macht man das jetzt rum, macht man das nicht rum? Ich mache mal die Pappe oben ab. Ich mache das mal zu. Ich wärme es mal ganz kurz auf. So, da steht jetzt der Body. Ich habe es mal auf zwei Minuten gestellt. Wir werden es aber nach einer Minute wieder rausnehmen. So, jetzt ist das Ding fertig. Wahrscheinlich, es ist knüppelheiß. Ich hatte schon Angst, dass irgendwas passiert. Dann habe ich gesehen, nachdem ich es schon zweimal anhatte, zweimal drin hatte. Es war immer noch gefühlt kalt. Weil irgendein Lumpf die Mikrowelle auf 450 Watt gestellt hat. Die steht immer auf 600. Jetzt 450. Hat sich nicht so viel getan. Das machen wir mal kurz runter. Dann seht ihr mal, wenn wir den Deckel abnehmen. Okay. Jetzt kommt hier der Dampf raus. Das sieht schon richtig brutal aus. Jetzt schwimmt die Soße darin. Das mag ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich will ja immer, dass die Soße direkt schön an den Nudeln haftet. Und jetzt haben wir hier noch irgendwelches Pulver, irgendwelches Suppenpulver, was jetzt hier noch rankommt. Und was das Ganze jetzt hoffentlich schön cremig macht. Irgendwie noch ein bisschen fett macht. Ich hätte weniger Wasser nehmen sollen. Mir schmeckt das eigentlich gar nicht, dass das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Also irgendwie, das ist mir schon wieder alles zu flüssig. Jetzt ärgere ich mich wieder drüber, weil ich habe nur diese eine Packung. Ich kann das nicht nochmal machen. Hätte ich es einfach gemacht, so wie ich es sonst immer mache. Einfach hier kurz hier kochen das Wasser auf die Nudeln. Und wenn die ein bisschen weich werden, Wasser abgießen. Und dann alles andere dran schmeißen. Denn guck mal, jetzt hast du hier so eine richtig blöde Nudelsuppe. Was ist das denn? Also es ist was Besonderes auf jeden Fall. Das sieht man. Es ist so besonders. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe 18 Euro für diesen einen Nudelcup bezahlt. Aber es ist halt mega flüssig. Wir können es noch ein ganz kleines bisschen abkühlen lassen. Ich muss es eh nochmal aufs Klo. In der Hoffnung, dass es ein bisschen babbiger wird. Cremiger wird. Dicker wird. Und vor allem, dass ich mir nicht die Schnauze verbrenne. Und dann probieren wir es mal. So, jetzt ist es ein bisschen abgekühlt. Jetzt ist es auch ein bisschen dicker. Jetzt ist auch keine Suppe mehr drin. Jetzt ist das wirklich einigermaßen, wenn man sich das so anschauen will, cremig. Weil ich kann die Nudeln jetzt hier so hochziehen. Und da läuft nichts mehr raus. Das ist alles jetzt an den Nudeln haftend. Das finde ich gut. Jetzt brauche ich aber trotzdem irgendwie noch ein Thumbnail. Wieso fällt jetzt hier die Pappe raus? Für das Thumbnail müssen wir das natürlich auch so irgendwie mal reinhalten. So, das kann das Thumbnail sein. Keine Ahnung. Jetzt wollen wir es natürlich mal probieren. Diese schmierigen, schleimigen, fetten Nudeln. Als würdest du einfach eine Tonne Nacktschnecken in deinen Mund rein saugen. Die Nudeln sind auf jeden Fall interessant. Mal was anderes als die normalen Nudeln, die es sonst immer bei den Samyang-Buldak-Dingern gibt. Die Soße erinnert halt jetzt nicht an eine normale, typische Samyang-Buldak-Soße, sondern hat irgendwie was richtig Pfeffriges. Als wäre die komplett mit Pfeffer durchzogen, mit Pfeffer überzogen. Die brennt hier ein bisschen so auf der Zunge drauf. Du hast dieses Pfeffrige gemischt mit dieser kräuterlichen Basilikum-Note. Für mich aber einfach zu sehr Pfeffer. Ich weiß nicht. Es ist so, als würdest du hier lauter Pfefferkörner drin haben. Würdest irgendeinen Sonntagsbraten-Soße mit Pfefferkörnern und Zeug. Also, kenne ich so zu Nudeln nicht. Oder Gulasch, genau. Warte mal, doch. Gulasch, wenn Leute immer Gulasch mit Nudeln essen und dann so eine Pfeffrige Soße haben mit Pfefferkörnern drin und allem. Das kommt ungefähr so in die Richtung. Aber dafür dann fast 20 Euro für einen so einen Cup. Da sind mir die anderen Samyang-Nudeln und Geschmäcker auf jeden Fall lieber zum Probieren. Geht das alle mal. Als Erfahrung nimmst du es halt mit. Aber würde ich jetzt nicht hier noch tausendmal kaufen oder so. Ist halt ein bisschen cremig. Aber ist halt einfach pfeffrig. Einfach Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer. So richtig Pfeffer. Und der Rest weiß ich nicht. Ich räse es jetzt mal kurz leer. Mal gucken, ob sich noch was ändert. So, der Cup ist leer. Schmeckt trotzdem gut. Bereut habe ich es nicht. Aber ist mir für 18 Euro dann zu teuer so ein Cup. Selbst wenn es den jetzt in kleine Päckchen gibt. Wenn es einen Fünferpack gibt davon für 10 Euro. Dann würde ich es auf jeden Fall nochmal kaufen. Dass du mehr Abwechslung im Samyang-Universum hast. Ansonsten Pfeffersoße. Nicht so meins. Schmeckt aber nicht süchtig. Danach kann ich nicht süchtig werden. Da lieber diese Ham-Schinken-Note von den Samyang-Rosé. Oder die Cheese. Oder was weiß ich. Habt ihr schon mal Basilen-Creme probiert? Von Samyang-Buldak. Und schreibt es mal rein. Ansonsten war es das mit dem Samyang-Sunday. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann in den P-S-O-T-4. Und euer Ramses. Bis dann in den P-S-O-T-4.